Aber das ist, das ist ja klar. Ah fuck, ich brauch meinen Mund noch, das hab ich vergessen. Ne, du weißt ja nicht, ob ihr Asbest oder sowas drin ist. Alter, wie geil. Hä? Ja, richtig neu. Ja, vielleicht schon auf ein Bier ein, noch. Ach so, warte, ne, die sind auf der anderen Seite, glaub ich hab hier nicht mal, bitte nicht, das ist so. Aber wir müssen uns, wir müssen uns merken, wo wir rein und raus kommen, ne? Ach geil, wir sind drin, ey, ey, du blenst mich schon wieder, ey, das ist vergab. Ey, warte mal, was steht hier dran? Warte, das will ich auch noch vonkaufen. Wir müssen unbedingt auf dieses Ding rein, also auf dieses. Ach scheiße. Komm, wir durch? Okay, fett. Ich weiß nicht, ach lol, was ist das, Alter? Ach der. Nice. Guck mal, das ist nur so ein ganz kleiner Aspenvorstuhl. Ach, das passt. Hopf ich mal. Ach, ich weiß, ich weiß, wo wir sind. Ach, ich weiß, ich weiß, wo wir sind. Ja, okay. Das ist gerade so ein richtig geiler Moment, ne? Was? Ach, das, guck mal, das ist die Tür, die wir von außen gesehen haben. Die ist zugemauert, Alter, was. Das ist ein Weg für dich, wenn ich da drücke. Die bewegt. Ach ja, logisch, guck mal, hier, das ist der Fahrstühlausgang. Was ist das hier? Was ist das hier? Nagenraum? Ja. Ja, ich hab's wieder durchlaufen. Was hast du gemacht? Ja. Nein, wir müssen dann nach links, also jetzt gerade nach links oder ich gerade aus. Nein, ich meine, egal, wir finden schon einen Weg. Okay, da geht's ja nicht weiter. Aber was war das für eine fette Halle hier? Es war bestimmt Partyraum oder sowas. Ja? Okay. Nein, scheiße, ich glaube, ich... Blinkt die Aufnahme noch? Echt? Dann hab ich nur die Kamera gerade angemacht. Die haben den Schlussgeladen. Wir laufen gerade weg von der Bodenbahn, die ist ja auf der anderen Seite dieses Ding. Das ist ein bisschen überbelichtet, aber. Nee, nee, passt. Egal, die Kamera macht das ja so viel. Ja, aber guck mal, hier können wir dann nachher weitergehen, wenn wir nirgendwo weiterkommen sollten, ne? War eklig, aber... Ich will unbedingt diesen Tower rein, ne? Und ich will die Bodenbahn und Dinger sehen. Hä, das ist... Aber das ist Essensau... Nee, hä? Kühl. Ja, du hast ja jetzt schon Erfahrung mit nicht mehr rauskommen, ne? Wir müssen uns unbedingt merken, wie wir rein sind, also... Alter, ein Partykenner, wie geil. Warte, das muss ja auch Foto kommen. Und ich will... Ja,... Egal, ich will... İş levels. Musik 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 Achso, das war ein Motorrad. Mülltonne. Ist was drinne? Achso. Geil, warte, es gibt ein Foto. Das ist geil. Was? Ja, boah, das ist eigentlich von großen Citronau. Aber warte mal, ich muss unbedingt was gucken, ne? Und zwar... Oh, ich hab sie gleich geilen, dann fließt sie rum. Und ich hab irgendeine SMS gekriegt und dachte, das ist jetzt egal. Ja, aber was? Weißt du, ob das... Das ist echt... ... partein ... Ja, ich schouke. Steine Telefoniere und an viel her? So, wir definieren können den,iefed Amk will sechs. Achso? Ne, ich hab suggestions. Da gab es doch irgendwie so Stalagniten und Stalaktiten oder so. Ach, aber da geht es noch weiter, ich würde es nicht fragen, ey, guck dir das an, so das spielen wir mal. Ach so, im dritten Weltkrieg verstecke ich mich hier. Hey, was ist das denn? Hey, guck mal, dass die draußen sind. Was meinst du? Was? Stimmt, geht es da weiter? Warte, 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 Digga. Digga, warte, renn mir hier drin bitte nicht weg, ne? Das ist verwinkelt wie Scheiße alles, ey. Warte, 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 warte mal kurz, warte mal kurz bitte, ich will nochmal hier Stassenmal. Stassenmal. Digga. So, bist du hier? Warte, Alter, renn wir nicht zu weit weg, ne? Ich hab richtig Schiss, dass du hier trifoliere. Oh, das ist... Was für eine Toilette? Kommen wir da hinten raus? Renn doch mal nicht so durch, ey, du machst so viel Stress. Ach, guck mal, da... Dieses fette Lager, da können wir uns merken, dass wir da irgendwo an der einen Ecke rauskommen. Was ist das? Echt? Wer fehlt es mit der Hälfte? Ich wusste nicht mal, dass es sowas gibt. Was ist denn da? Ah, ist das Ding, ja? Wie sieht es aus? Nee. Sind wir da oder dort? Hey, das gehört... Was war das, Alter? Das kann doch nicht... Was braucht eine... Was braucht... Die Boden waren für viele. Dann wissen wir ungefähr, wo wir sind. Das ist schon mal nice. Warte. Aber wo sind wir zwei eingestiegen? Okay, das ist gut. Aber wo ist die Halle, wo wir reingekommen sind? Oh, geil. Geil, geil, geil. Scheiße. Doch, komm. Komm mal, komm. Oh, fuck. Da stirbt man, wenn man das oft macht, ne? Ich wär aber unbedingt oben in das Ding noch rein, ne? Komm mal, komm. Warte, 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 ey, guck, hallo, hast du es gesehen? Ja? Habe ich das oft gemacht? Habe ich gehabt? Habe ich gehabt, dass ich so irgendwo rauskomme? Aber warte, hier sind wir, wir sind hier rechts rein, oder? Nicht? Scheiße. Sicher? Was ist denn nicht? Digga, das Ding ist riesig, das ist unendlich groß. Toll, das kann ich dir auch sagen, wie du hier rauskommst wahrscheinlich. Wow. Okay, aber du weißt noch, wie wir jetzt in einem komischen Turm kommen, oder? Sicher? Nein. Das sind dann wahrscheinlich jetzt mittlerweile so ein Konnewitz oder so. Hier waren wir. Ach ja, hier sind, Alter, das müssen wir uns merken. Gucke, das müssen wir uns merken, da sind wir rein.